So, jetzt aber nochmal, bitteschön, worum geht es in dem Seminar. Das erste Modul als Grundlagen, da geht es ums Organisatorische, das machen wir gerade. Dann erkläre ich nochmal, was Web 2.0 eigentlich so bedeutet. Und als dritte Episode werde ich vorstellen, wie man persönliche Lernumgebung gestalten kann. Im Modul Erfolgreich studieren, fassen wir nochmal zusammen, was das eigentlich bedeutet, erfolgreich studieren. Insbesondere, wie man lernen, weil Lernen ist Hauptbeschäftigung im Studieren. Wie man es gut planen kann und wie man effektiv lernen kann. Im Modul C, Informationen sammeln, geht es darum, wie Sie zum einen, wenn Sie in Vorlesungen sind, gute Mitschriften machen. Wie Sie ansonsten an Informationen herankommen, wie Sie Informationen suchen, zum Beispiel über Suchmaschinen. Aber auch, wie Sie die Informationen sammeln und strukturieren können. Wie häufig hat man das? Man sucht sich ein paar Ressourcen zusammen im Internet, hat ein paar schöne Sachen gefunden. Und ein paar Tage später denkt man, da hatte ich doch was Tolles gefunden. Wo ist denn das jetzt eigentlich hin? Und jeder, der schon mal PDFs gesammelt hat, weiß, was das für einen unglaublichen Wust geben kann, wenn man Ordner voll mit PDFs hat oder die sogar über die ganze Platte verstreut hat und so weiter und so fort. Und Informationssuche natürlich auch. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten im Internet, als bei Google zu suchen. Ich weiß, Google hat 90% Marktanteil in Deutschland, aber es gibt auch für bestimmte Sachen und insbesondere beim wissenschaftlichen Recherchieren bessere Möglichkeiten. Die werden Sie kennenlernen und ich verspreche Ihnen, dass allein dieses Modul, der Besuch dieser Veranstaltung, doppelt und dreifach wert ist. Ich glaube, sagen zu können, dass Sie dadurch bessere Noten in Ihren Hausarbeiten, Referaten, Bachelor und Master Theses bekommen. Allein durch dieses Modul. Aber dann gibt es noch ein paar neue, andere Module. Denn im Modul D geht es um das Wissen verarbeiten. Das heißt, ich habe jetzt Informationen gefunden und wie analysiere ich die jetzt? Wie schätze ich das ein? Wie sortiere ich Wichtiges und Unwichtiges? Wie kann ich diese Informationen reflektieren und zu eigenem Wissen machen? Artefakte erstellen, Modul E. Da geht es um schriftliche Arbeiten verfassen, Klausuren und Prüfungen vorbereiten, belegen und zitieren. All diese Sachen. Wie kann man das alleine machen? Wie kann man das aber vor allem noch in Gruppen machen? Sie kennen alle das Problem. Einer der Kommilitonen wohnt zum Beispiel in Fechter, hat nicht dauernd Zeit. Wie kann man den trotzdem einbinden? Die Vorbereitung einer Hausarbeit und wie kann man zusammenarbeiten? Was gibt es für Möglichkeiten zum Beispiel Literaturverzeichnisse zu erstellen? Auch in diesem Modul werden wir Ihnen Möglichkeiten vorstellen, wie Sie sehr einfach Ihre Literaturverzeichnisse quasi automatisch erstellen können. Wie Sie Ihre Literatursammlung verwalten etc. Alles mit kostenfreien Web-Tools. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der das Schreiben von Referaten und schriftlichen Arbeiten stark vereinfachen wird für Sie und verbessern. Modul F. Ergebnisse darstellen. Wie präsentiert man Ergebnisse? Wie kann man Portfolios anlegen von seinen eigenen Leistungen, mit denen man sich vielleicht später mal bewirbt? Sei es für ein Praktikum, sei es für eine wissenschaftliche Hilfskraftstelle oder wie stellt man sich ansonsten selbst dar? Zum Beispiel in Social Networks wie Facebook. Denn wenn Sie sich heute auf ein Praktikum bewerben, sollte natürlich klar sein, dass man dort im Internet nicht lauter Sau von Partybildern von Ihnen finden sollte. Es ist aber auch schlecht, überhaupt nichts von Ihnen zu finden, weil das auch wieder misstrauisch macht und die Leute denken, was ist mit den Leuten los? Insofern geht es da auch ein bisschen um Datenschutz. Aber da gehen wir dann nochmal im letzten Modul nochmal besonders drauf ein. Sich austauschen. Wie kann man Kontakte knüpfen und pflegen? Wie kann man online kommunizieren? Wie kann man sich vernetzen und Dinge teilen? Und da werden wir uns auch mal sehr viele Werkzeuge anschauen, die Ihnen absolut, ja, ich glaube, die, die es noch nicht machen, eine neue Welt öffnen. Und die, die das bisher machen, werden sicherlich was darüber lernen, wie man das noch besser macht. Hier nochmal kurz die Übersicht. Ich habe es eben gerade so vorgestellt. Falls Sie es nochmal genau anschauen wollen, machen Sie einfach kurz eine Pause in dem Video. Und jetzt kann ich Ihnen wirklich noch ganz viel Spaß und spannende Wochen versprechen. Und hier, um im Bild zu bleiben, also ich glaube, heutzutage im Studium, hier sehen Sie die Studierenden, die das Internet richtig gut nutzen können für ihr Studium. Und die Leute, die das nicht machen, die hängen da irgendwie noch ganz vorne an der Küste mit ihrem Paddelboot, mit ihrem Schlauchboot und paddeln da so ein bisschen rum. So, in dem Sinne, viel Spaß und ich freue mich auf Sie, schön, dass Sie dabei sind und legen Sie mal los.